Hallo Leute, heute gibt es für euch die Beastmaster 18 Schuss 36 Effekte 35 Sekunden Brenndauer 40 Meter Effekthöhe von Veko Feuerwerk gekauft beim Lidl für 11 oder 12 Euro glaube ich viel Spaß beim Testen Beastmaster Wupsi 1 2 1 2 4 4 4 5 5 Mega geil! Das war's für heute, bis zum nächsten Mal.